Juchu, es geht wieder in den Wald, zur Grillstelle. Hier vor uns ist das Autobahnkreuz H5, H8. Wieder Abfahrt Wolf H2. Hier ist gleich der Waldparkplatz. Oh, das sieht nach Baumfällarbeiten aus. Gut, da muss ich andersrum fahren. Die Jungs waren so nett. Ich habe nur mal zugerufen, als ich umdrehen wollte, ob ich noch durch wollte. Ja, lieber Marc von Firewoodcraft. Das ist mein Happy Place. Man hört zwar die Autobahn. Hier in der Nähe das Autobahnkreuz H5, H8, Karlsruhe, Wolf H2. Aber ich mag es hier trotzdem. Hier ist man eigentlich immer meist allein. Leider muss ich schon weiter fahren, also habe ich gerade in der Mülltonne ein paar Becher gefunden und mit Wasser abgelöscht. So, dass jetzt noch ein bisschen Wasserdampf hier kommt. Aber das ist jetzt aus. So ist das eben. Aber ich komme immer gerne wieder hier zurück. Also dann. Tschüss. 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 Tschüss.